Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zum nächsten Türchen. Der Rapidler, da hinten seht ihr ihn mit den grünen Ärmchen. Der Rapidler hat ja 2017 mit Gozo alles vorbereitet und 2018 war es dann soweit meine erste Tauch-Safari. Für die Leute, die erstmal immer fragen, was ist denn eine Tauch-Safari, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Normalerweise macht man ja Urlaub in einem Hotel, in einem Resort oder in einem Bungalow, den man anmietet und fährt dann irgendwo hin und fährt dann mal mit einem Bötchen irgendwie raus zum Tauchen oder geht einfach ins Meer. Bei einer Tauch-Safari ist das anders. Man fährt, nachdem man im Urlaubsland angekommen ist, in den Hafen und geht dort auf ein Schiff und fährt mit diesem Schiff, je nachdem wie lange man gebucht hat, drei Tage, eine Woche, zwei Wochen oder vielleicht sogar noch länger raus und fährt zu wirklich sehr entlegenen Plätzen, wo man normalerweise so gar nicht hinkommen könnte, weil diese Plätze einfach für Tagesboote einfach viel zu weit weg sind, weil es viel zu teuer wäre. Und dafür gibt es dann diese Safaris. Das Besondere dabei ist, es geht sich eigentlich nur ums Tauchen, beziehungsweise nicht ganz. Es geht um Tauchen, Schlafen und Essen. Also es ist ziemlich geil. Man steht morgens auf, geht tauchen, kommt hoch, legt die Ausrüstung ab, duscht sich kurz ab und schon gibt es Frühstück. Dann ruht man sich aus, danach geht es wieder weiter. Tauchen, raus aus dem Wasser, Essen, Schlafen. Und so geht es die ganze Zeit weiter. In einer Woche ist das dann eine Tauch-Safari. Wir haben auf jeden Fall dieses Boot gechartert, was ihr gerade eben gesehen habt, das war die Quick Shadow, und haben eine sehr anfängerfreundliche Tour gemacht. Das nennt sich Fury Sholes, diese Region in Ägypten. Da gibt es so kleine schöne Kavernen. Es gibt sehr viele seichte Tauchgänge, die jetzt halt so bis auf 18, 19, 20 Meter begrenzt sind. Eine schöne warme Wassertemperatur, wenig Strömung, keinen oder nicht sehr viel Großfisch. Und das ist halt für Anfänger, und dazu war diese Tour als allererstes gedacht, perfekt geeignet. Und ihr seht halt hier dieses wunderschöne Lichtspiel in dieser kleinen Kaverne, in diesem Kanal, sage ich mal, was wirklich traumhaft schön ist. Da taucht man dann ganz gemütlich durch. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man schon ein bisschen erfahrener ist, da alleine durchzutauchen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das war das allererste Mal, dass wir, bzw. dass ich, ein Boot komplett voll gemacht habe. Das heißt, wir waren, ich glaube, 17 Leute auf dem Boot. Einer davon war ich. 16 Tauchbonnenten waren mit dabei. Natürlich, klar, hat man auch einen Kapitän, man hat Koch mit dabei, man hat Diveguides mit dabei, die dann halt die Tauchplätze zeigen. Man hat eine Crew mit dabei, die sich dann so ein bisschen auch um die Ausrüstung kümmert, etc. Also man ist nicht komplett alleine da drauf, und der Kapitänkrieger lenkt das Ding. Das wäre mir ein bisschen zu viel Arbeit. Das ist aber so, muss ich sagen, für mich mit einer der schönsten Urlaube, die ich mir vorstellen kann. Und gerade auch für Leute, die Bock haben zu tauchen, perfekt. Weil man geht wirklich nur tauchen. Man macht drei bis vier Tauchgänge pro Tag. Abends trinkt man sich noch ein Bierchen, dann fällt man einfach tot ins Bett, weil es einfach so ein geiler Tag war. Und morgens früh geht es dann wieder los. Gut, der Krieger hat dann auch das eine oder andere Mal ein bisschen länger ausgeschlafen. Aber, naja. Gut, wir hatten auch einen richtig krassen Vorfall auf diesem Schiff. Der Sensi, der ist über Bord gegangen. Wir lagen ganz gemütlich geschützt in einer Lagune vor Anker. Und Rapidler, Sensi und ich glaube noch irgendjemand saßen vorne in diesem, hier kennt ihr ja von Leonardo DiCaprio, weißt du, wo er die so gehalten hat und so. Die saßen da vorne und das Schiff ist rausgefahren und es kamen zwei heftige Wellen. Und auf einmal wurde Sensi von Bord gespült und ist unter dem Schiff während der vollen Fahrt durchgerauscht. Hat richtig Glück gehabt. Und seitdem achten wir da ein bisschen mehr drauf und gab von mir auch an den Bootsbetreiber einen kleinen Rüffel, weil sowas darf einfach nicht passieren und darauf muss der Kapitän achten. Naja, nichtsdestotrotz wurde das irgendwie nicht so wirklich gehört. Wir sind auf jeden Fall weitergetaucht und es fragen viele Leute mal, wie sieht das denn mit Müll aus? Wie sieht das mit der Verschmutzung aus? Und das hier ist eine Aufnahme mit der Paralenz, die ich gemacht habe. Die Paralenz wackelt ab und zu, weil die an der Seite von meiner Maske festgemacht worden ist. Und jetzt gucke ich hier in diese kleine Höhle rein, ob da irgendwas ist, ob was Giftiges ist. Und hier sieht man erstmal so ein Honig, ja Papier, so eine Honigverpackung. Und dadurch, dass die Schiffe halt dort vor Anker liegen, gibt es halt sehr häufig irgendwelchen Müll, der durch den Wind irgendwie ins Meer geblasen wird. Und ich sehe es als unsere Aufgabe, da wir halt auch dort tauchen, dass wir das Ganze sauber machen. Wie das Ganze passieren kann, weiß ich nicht wirklich, aber ich finde es enorm wichtig, dass man halt hingeht und dass man diesen Müll aufsammelt und einfach wegnimmt und dann oben an Bord wieder vernünftig entsorgt. Ich finde, das gehört so ein bisschen dazu, bevor sich da irgendwelche Tiere dran verletzen können oder Tiere sowas fressen. Ja, das ist so eine kleine Aufnahme, das ist wirklich extrem, weil bei diesen Riffen hier, wo wir jetzt hier gelegen haben, das ist so eins der letzten Riffe gewesen auf der Tour. Da findet man das passende Gegenstück. Und gleich kommt noch was Kurioses. Also man findet auch wirklich sehr abstrakte Sachen. Das ist so für mich die beste Aufnahme, wo ich euch mal zeigen kann, was man irgendwie so an Müll findet und wie das Ganze aussieht. Ich habe dann hier so meine Bleitaschen, da tue ich die dann rein und nehme das ganze Zeug mit und entsorge das dann oben. Es gab auch schon mal Fälle, dass ich die mit nach Hause genommen habe und das hier entsorgt habe, weil ich gar nicht mehr dran gedacht habe. Aber ja, das ist so das, was man an Verschmutzung sieht. Man sieht mal ab und zu noch ein paar Angelschnüre irgendwie, die irgendwo rumwuseln. Aber das ist schon wirklich extrem gewesen hier. Und das, was ich jetzt hier finde, damit hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich das finde. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Da ist eine kleine Halogenlampe. Also wird alles hier mitgenommen in die Bleitasche rein. Und wenn es mal ein bisschen größer ist, dann suche ich mir auch jemanden, der mir hilft. Und dann nehmen wir das mit mehreren Leuten hoch. So gehört sich das meiner Meinung nach, dass wir die Welt zu einem besseren Ort, dass wir diesen Ort besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Und das war der Inhalt von diesem Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Gut Tschüss, euer Commander Krieger. Tschüss.